Kann Spitzentechnologie die Zukunft der Landwirtschaft in China verändern? In diesem Video werden wir untersuchen, wie Automatisierung die landwirtschaftlichen Praktiken revolutioniert, von KI-gesteuerten Traktoren bis hin zu präzisen Drohnen und vertikalen Farmen. Mach dich bereit zu sehen, wie China die Ernährungssicherheit wie nie zuvor angeht. Verpasse nicht die Chance und abonniere unseren Kanal, um immer auf dem neuesten Stand in Sachen Technik und Innovation zu bleiben. Kann eine Revolution in der Landwirtschaftsautomatisierung in China die Zukunft der Ernährungssicherheit in einer der bevölkerungsreichsten Nationen der Welt tatsächlich verändern? In China wird diese Frage durch die unglaublichen Fortschritte in der Landwirtschaftsautomatisierung beantwortet, die riesige Landflächen in effizient verwaltete, ertragreiche Farmen verwandeln. Mit der zunehmenden Urbanisierung und den Herausforderungen durch Arbeitskräftemangel nimmt der chinesische Landwirtschaftssektor die Automatisierung rasch an, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. China setzt auf Automatisierung, um Probleme wie Arbeitskräftemangel und steigende Lebensmittelanforderungen zu bekämpfen. In ländlichen Gebieten gibt es immer weniger junge Menschen, die sich für die traditionelle Landwirtschaft interessieren. Und die Notwendigkeit einer effizienten Lebensmittelproduktion ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der nationalen Ernährungssicherheit. Automatisierung ist die Antwort geworden, mit Technologien, die von autonomen Traktoren bis hin zu intelligenten Bewässerungssystemen reichen und die landwirtschaftlichen Praktiken im ganzen Land revolutionieren. Zum Beispiel pflügen autonome Traktoren, die mit GPS und maschinellen Lernalgorithmen ausgestattet sind, nun Felder und Säen, Samen mit minimalem menschlichem Eingriff, wobei sie große Flächen schneller als traditionelle Methoden abdecken. Eine der bedeutendsten Innovationen in der automatisierten Landwirtschaft Chinas ist der Einsatz von Drohnen und Sensoren für die präzise Landwirtschaft. Drohnen überwachen beispielsweise die Gesundheit der Pflanzen und erkennen Schädlingsbefall, was frühzeitige Eingriffe ermöglicht, die Ernteverluste verhindern. Gleichzeitig messen Sensoren, die im Boden eingebettet sind, Feuchtigkeit, Nährstoffgehalte und Temperatur, um Echtzeitdaten bereitzustellen, die für die Optimierung der Produktion genutzt werden können. Landwirte Diese Daten helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Nutzung von Wasser, Düngemitteln und Pestiziden zu optimieren. Die Ergebnisse sind eine gesteigerte Ernteproduktion, reduzierter Ressourceneinsatz und nachhaltigere landwirtschaftliche Praktiken. Künstliche Intelligenz spielt eine entscheidende Rolle in der Landwirtschaftsautomatisierung in China. Durch maschinelles Lernen analysiert KI die gesammelten Daten aus den Feldern und sagt die besten Zeiten für das Pflanzen, Bewässern und Ernten voraus. Diese Technologie geht über bloße Automatisierung hinaus. Es handelt sich um ein intelligentes System, das seinen Ansatz basierend auf sich ändernden Wetterbedingungen, Bodenverhältnissen und Pflanzentypen anpasst. Durch die Integration von KI erzielen chinesische Landwirte eine höhere Produktivität, minimieren Abfälle und gehen Herausforderungen effektiver an als je zuvor. Mit der zunehmenden Urbanisierung wächst in China auch der Einsatz von vertikaler Landwirtschaft. Eine Technik, bei der Pflanzen in gestapelten Schichten angebaut werden, häufig in kontrollierten Umgebungen. Die Automatisierung ist das Herzstück dieser vertikalen Farmen, in denen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht sorgfältig reguliert werden, um das Wachstum zu optimieren. Vertikale Landwirtschaft ermöglicht den ganzjährigen Anbau von Gemüse und Kräutern und reduziert die Abhängigkeit von saisonalen Ernten. Dies hilft, der Nachfrage nach frischen Produkten in städtischen Zentren gerecht zu werden. Diese Farmen benötigen weniger Land und verringern die Transportwege von Lebensmitteln zu den Verbrauchern, was sie zu einer nachhaltigen Option für die Ernährung der wachsenden Bevölkerung des Landes macht. Die Automatisierung in der chinesischen Landwirtschaft erstreckt sich auch auf das Ernten und Verpacken. Roboter mit fortschrittlichen Sensoren können empfindliche Ernten wie Erdbeeren oder Tomaten pflücken, ohne sie zu beschädigen, und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards aufrechterhalten. Automatisierte Systeme übernehmen dann das Sortieren, Bewerten und Verpacken, wodurch der Arbeitsaufwand reduziert und der Prozess beschleunigt wird. Dieses Automatisierungsniveau hilft, Ernteverluste nach der Ernte zu reduzieren und stellt sicher, dass mehr Produkte den Markt in optimalem Zustand erreichen. Während die Fortschritte der Landwirtschafts-Automatisierung in China beeindruckend sind, gehen sie auch mit Herausforderungen einher. Hohe Kosten im Zusammenhang mit der Installation und Wartung von automatisierten Geräten können eine Hürde für Treffen Sie Sarah, eine engagierte Bäuerin, die früher ständig mit Unsicherheit konfrontiert war. Unvorhersehbare Wetterbedingungen und unaufhörliche Schädlinge bedrohten Jahr für Jahr ihren Lebensunterhalt. Doch heute ist Sarahs Geschichte anders. Mit Hilfe von KI hat sie sich von einer traditionellen Bäuerin in eine datengestützte Entscheidungsträgerin verwandelt. Sensoren, die über ihre Felder verteilt sind, sammeln in Echtzeit Informationen über Bodenbedingungen, Feuchtigkeitswerte und sagen sogar potenzielle Schädlingsausbrüche vorher. KI analysiert diese Daten und liefert Sarah umsetzbare Erkenntnisse. Sie kann nun fundierte Entscheidungen über Bewässerung, Düngung und Schädlingsbekämpfung treffen. Diese neu gewonnene Präzision ermöglicht es, ihr Abfall zu minimieren und die Effizienz zu maximieren, wodurch eine gesündere Ernte und eine nachhaltigere Zukunft für ihren Bauernhof sichergestellt werden. Aber die Beiträge der KI zur Landwirtschaft gehen weit über die Datenanalyse hinaus. Drohnen, die mit hochauflösenden Kameras und fortschrittlichen Sensoren ausgestattet sind, können ganze Felder scannen und Problemstellen wie kranke Stellen oder Nährstoffmängel identifizieren. Dies ermöglicht gezielte Eingriffe, die den Einsatz von Breitbandpestiziden verringern und die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Roboter im Feld Früher dachten wir, Roboter würden die Bauern ersetzen, aber heute sind sie wertvolle Partner. Diese automatisierten Maschinen können sich wiederholende Aufgaben wie das Pflanzen- und Unkrautjäten übernehmen, wodurch den Bauern wertvolle Zeit bleibt, sich auf das größere Ganze zu konzentrieren. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Roboter sich um die mühsamen Aufgaben kümmern, sodass die Bauern KI-Operationen nutzen können, um langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Blicken wir ein paar Jahrzehnten in die Zukunft. Dank KI-gesteuerter Präzisionslandwirtschaft können Bauern mehr Lebensmittel auf weniger Land anbauen. Dies ist entscheidend, da die weltweite Bevölkerung weiter wächst und großen Druck auf unsere Lebensmittelsysteme ausübt. Mit KI an ihrer Seite können die Bauern diese Herausforderung meistern, höhere Erträge erzielen und die Ernährungssicherheit für kommende Generationen gewährleisten. Saras Geschichte ist ein Zeugnis der transformierenden Kraft der KI in der Landwirtschaft. Sie ist nicht mehr nur eine Bäuerin, sie ist eine Pionierin, die Technologie einsetzt, um ihren Lebensunterhalt zu verbessern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Ihr Erfolg unterstreicht das Potenzial der KI, Bauern weltweit zu befähigen und einen einst unberechenbaren Beruf in eine datengestützte, innovative Branche zu verwandeln. Wenn Ihnen dieses Video etwas Neues beigebracht hat, geben Sie ihm ein Like, um uns zu ermutigen, mehr Videos wie dieses zu produzieren. Potenzielle Herausforderungen Ethische Überlegungen und potenzielle Herausforderungen sind wichtige Aspekte der Diskussion über KI in der Landwirtschaft. Datenschutz und mögliche Arbeitsplatzverlagerungen sind Bedenken, die angegangen werden müssen. Experten glauben jedoch, dass wir diese Herausforderungen durch Zusammenarbeit und Bildung meistern können, um das volle Potenzial der KI zum Nutzen aller zu entfalten. Die Zukunft der KI in der Landwirtschaft Die Zukunft der KI in der Landwirtschaft ist voller Möglichkeiten. Stellen Sie sich selbstfahrende Traktoren vor, die Felder mit perfekter Präzision navigieren, menschliche Fehler minimieren und die Effizienz maximieren. Vertikale Farmen, die von KI-gesteuerten Klimaanlagen betrieben werden, könnten die Nahrungsmittelproduktion in städtischen Gebieten revolutionieren. Diese Fortschritte versprechen eine erhöhte Ernährungssicherheit, reduzierte Umweltbelastungen und ein nachhaltigeres Nahrungsmittelsystem für alle. Der aufregendste Aspekt dieser Revolution ist das Potenzial, eine neue Generation von Landwirten zu inspirieren, mit KI als ihrem Führer. Junge Köpfe können die Landwirtschaft nicht nur als Beruf, sondern als Plattform für Innovation und Problemlösungen betrachten. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der KI nicht nur Landwirte, sondern auch Wissenschaftler, Ingenieure und Unternehmer befähigt, zusammenzuarbeiten und ein nachhaltigeres und reichhaltigeres Nahrungsmittelsystem für den Planeten zu schaffen. Das Versprechen der Agrartechnologie. Die Sonne geht über einer traditionellen Farm unter und wirft ein warmes Licht auf eine vertraute Lebensweise, aber am Horizont bricht ein neuer Tag an. KI-gesteuerte Landwirtschaft verspricht eine Zukunft des Überflusses, der Nachhaltigkeit und der Innovation. Es geht nicht nur um Technologie, sondern darum, einen wachsenden Planeten zu ernähren und eine bessere Zukunft für kommende Generationen zu sichern. Sind Sie bereit, sich der landwirtschaftlichen Revolution anzuschließen? Abonnieren Sie unseren Kanal, um mehr darüber zu erfahren, wie Technologie die Welt verändert. Wenn Sie mehr über die in der Agrartechnologie verwendeten Praktiken erfahren möchten, lade ich Sie ein, dieses Video anzusehen, das auf dem Bildschirm erscheint. Danke fürs Zuschauen!